Ich habe jetzt die ganzen Bierflaschen vor meiner Nase. Achso, ja, die können wir. Ich meine, ich mag das Image. Ja, möchtest du? Achso, stell wieder hin. Also pass auf, genau dieses Lächeln, ja, deswegen wollte ich auch immer nicht zum Fernsehen. Ich habe nämlich in dieser Sendung noch gar nicht das Fernsehen gebasht, ja? Also weil du vorhin meintest, alle bashen hier das Fernsehen. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen. Aber gut, Gott sei Dank, dass ich jetzt noch Zeit habe. Ist, weil ganz oft alle so dastehen. Und das finde ich suspekt. Aber ich möchte es jetzt auch an dieser Stelle auch mal machen. Ein bezauberndes Lächeln hast du noch gesetzt. Oder? Deswegen arbeite ich nicht beim Fernsehen. Das ist echt gar nicht so. Okay, warte, warte, warte. Die Alternative im Fernsehen. B-Mix. Jetzt. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020